So, liebe Kundinnen und Kunden, wir sind heute in der Szene in Salzburg. Ich meine, ich kenne es fast. Ich kenne es. Das ist nicht Johnny, seine EVA-Ente. Unschwer zu erkennen heute in Salzburg. Und genau, wir laden jetzt mal unser ganzes Zeug da rein, das ist ja genug einmal. Warte, musst du schon wieder rein. Schon geht ja gar nicht. Scheiße, mein Roll-Up ist hin. Wo bist du noch hin? Schau mal, das ist mein neuer Schulfreund. Hallo! Josch hat jetzt Soundcheck und wir haben nachher einen Soundcheck. Und dann sehen wir noch mal eine Stunde bis zum Aufsicht. Jawohl. Ganz lässig. Wir sitzen da im Catering-Bereich bei unserem Abendessen. Bevor die Show was geht. Nein, eigentlich haben wir noch nicht einmal Soundcheck gehabt. Gibt es denn da? Das ist schon heute. Ja, schau mal. Wir sind dabei halt nur Vorband. Obwohl uns auch. Vielleicht haben wir irgendwann mal eigene Gigs auch. Wir freuen uns sehr. Wir sind voller Euphorie. Heute in der Früh, ich glaubte ich hab keine Stimme, aber es wird schon langsam. Samy deine auch, oder? Ja klar. Ja klar. Drei, zwei, eins. Hallo, ein Bier. Ja. Warte, Böse gibst du mir. Böse? Ja. Johnny? Bitte runterkommen. Bitte runterkommen. Okay. Super. Tschau, David. Tschau. Danke. Okay. Keine Bier. Wir haben jetzt Soundcheck, dann lieber keine Bier. Sink nicht nach uns singt. Schreiben wir, geil wie es geht. Schaut alles sehr gut aus, aber auf den Räumerlholtz klopfen. Das Soundcheck ist jetzt fertig. Interviews laufen. Der Josch macht da hinten gerade eins. Und wir ziehen uns jetzt um. Essen vielleicht noch was? Viel schöner werden wir eh nicht mehr. Was soll man machen? Wir sind auch leider arme Leute. Genau, dann spielen wir. Wir freuen uns riesig. Oder? Wir verwenden wir jeden Tag. Oh ja. Oh, oh, oh. Der tue auf Explikum. Oh, oh, oh. Der tue auf Explikum. Oh, oh, oh. Ich bin wirklich sehr. Ich bin wirklich sehr. Du ampere. Die gehen ist baru, Das hat doch viel mehr Bananen. Oh na na. 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 Das Konzert ist fertig, es war mega. Wir haben jetzt ein bisschen was gegessen, weil der Hunger war schon recht groß. Und ja, ich liebe euch. Salzburg war wirklich urgeil. Ähm, was soll man noch sagen? Der Jonny war heute Premiere dabei. Eigener Techniker. Jonny. Jonny is the legend, the man the legend. Mit einem Nerder-Sound gemacht. Und ja, hoffentlich. Ich glaub schon, es ist nämlich super gut rumgekommen. Morgen geht's weiter in Linz, oder, Albert? Ja, Linz. Alles Liebe, kommt's kurz heim und geführt euch. Ah, sehr was wir dran machen jetzt gerade. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.